Für Ben & Jerry war das Leben nicht immer fair. Jerrys Name an zweiter Stelle? Nicht fair. Der Eiswagen fängt Feuer? Auch nicht fair. Sieben Jahre bis Cookie Dough endlich fertig war? Wirklich nicht fair. Aber fair ist, dass Cookie Dough am Ende doch perfekt geworden ist. Das ist fair für die Bauern, die den Kakao anbauen, den Zucker und die Vanille. Und für die Milchkühe ist es auch fair. Und deshalb sind unser cremiges Vanilleeis und der Chocolate Chip Cakes Teig auch so fair. Es gehört zu unserer Fair Trade Familie. Das ist doch mal fair. Sorry Jerry. Vielen Dank.